Uff, ja hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Kingdoms Evolved. Ich habe hier alles Marmor rausgehauen und mit Erde zugemacht. Hier war Marmor ganz viel. Hier war eine Megatonne. Hier am Boden, weil es Erde ist, war tief rein. Da war ein Ding. Hier unten war noch Cobblestone, was ich zugemacht habe mit Marmor. Muss ich auch wieder raushauen. Und jetzt bin ich endlich fertig. Gut, jetzt haben wir genug Marmor. Hoffentlich für einige Bausequenzen. Und jetzt müssen wir hier mal die Sachen rausnehmen und wieder rein. Gut. Ah, viel Level bekommen wir damit nicht, aber... Haben wir irgendwo noch Marmor? Da haben wir noch Marmor. Können wir gleich mal... Mar... 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 auf Englisch und Deutsch, auf Deutsch. Nein, glaube ich nicht. Also, dann machen wir das hier. Wie ging das nochmal? Ah, das ist Chisel Marble. Gut, das ist das Richtige. Chisel, Chisel. So, und nochmals so. Also, Chisel, ähm. Kein Chisel mehr. Aber wir haben Chisel Marble noch. Chisel, Chisel, Chisel. Und sonst ist nichts mehr Chisel. Gut. So. Das noch raus. Gut. Also, ähm. Jetzt ist der 32. Part. Im 33. Part mache ich das erste Spezial. Weil 33 plus 33 ist 66. Und nochmals 33 ist 99. Und 99 ist dann auch wieder ein Spezial. Bevor am hohensten dann gefeiert wird. Gut. Oh, wir haben die Ding... Ah, das ist hier drin. Ja. Gut. Ah, wo ist die Rennung? Ähm. Machen wir mal das hier weiter. Ja, toll. So. Ja, äh. Und so. Gut. Bauen wir hier mal weiter. Äh. Jetzt. Scheinbar haben andere Let's Player auch das Problem mit den Blöcken, die manchmal nicht setzbar sind. Und Blöcke, die einfach nicht da sind. Das ist irgendwie durch einer der Mods oder durch viele Mods so. Kann man halt da nichts machen. Vielleicht Dach und Vanille, so. Aber ich glaube es eher nicht. Ich habe es noch hier gehabt. Ebenso mache ich da drin irgendwo auch noch ein Ding. Fichtenholz, ähm, Balken. Und dann die Decke. Also, ich muss schauen, bei meinem Haus, weil das Bauhaus haben wir nur an der Decke solche ähm, Ding. Nein? Ja, okay. Ja, gut, aber ich möchte gerne das Holz wieder. Habe ich jetzt das bekommen oder nicht? So ein Mist, ich hasse diese Blöcke. So. Und ich hoffe einfach, dass es alles richtig ausgemessen wurde. Wie viel haben wir gemacht? 14 oder so. Man würde mir speziell halt die Fenster machen, wenn sie nicht richtig ausgemessen sind. Ich will sowieso nicht alles zweimal zwei Fenster machen. Ich will eigentlich, ich will, die Villa will ich so modern wie möglich machen. Und, ähm, der Baum dann, ja, mittelalterlich. Magisch. Gibt es jetzt keins mehr. Ah, na gut. Ja, wie man will. So, das nächste. Sieht jetzt alles noch nicht so, äh, detailliert und alles aus. Aber das wird's. Ich habe viel geplant. Ich muss es nur richtig machen. Dafür brauche ich auch noch meine Zeit. Wie jeder Let's Player, den ich besser geschaut habe und Mod Let's Player gemacht habe, hat recht lange gebaut, bauen müssen. Viele schneiden es auch raus. Aber ich will das zeigen. Ihr dürft schon schreiben, wenn es ihr langweilig findet. Aber, es gehört halt einfach mal ein bisschen dazu, oder? Das ist ein Bauspiel. Seht ihr gerade, wie viele Blöcke wir brauchen? Oh, das ist wieder mehr, als ich je gedacht habe. Das ist schon klar. Gut, dann werde ich das mal fertig machen. Außerhalb der Aufnahme. Muss halt wieder farmen, aber das mache ich ja gerne. Und, ähm, wir bauen dann in meinem nächsten Part. Am Haus, oben. Wenn wir dann die Kiste runtergetan haben. So. Also. Ja, sieht eigentlich gut aus. Es ist halt dort kein... Können dann in die Mitte oder so machen. Aber das können wir immer wieder verhindern. Wenn ihr Vorschläge habt, bitte schreibt's in die Kommentare. Und, ähm, ja. Zusammen haben wir da bessere Chancen. Es unterschön zu machen, zum Beispiel. Gut. Ähm. Das mit dem Elefanten muss ich schauen. Wir gehen jetzt mal hier ein bisschen in Erkundung. Vielleicht finden wir Wölfe. Wir haben Knochen dabei, ja. Und das Brenntier läuft einfach immer wieder weg. Oder zum Beispiel zu den Kühen. Kann ich da mal ein paar Eier mitnehmen. Das geht gut eigentlich. Wir sind so ein bisschen schneller. Aber, ähm, es sind wenige Eier. Alles reicht. Ich will hier keine Eier... Ähm, kein Eierlagerhaus bauen. Sondern einfach ein paar Eier haben zum Kuchen backen und so. Gut. Der Kopf ist einfach mehr immer im Weg. Aber da kann man nichts machen. Was ist das für ein Biom? Was? Tempered Rainfall? Ah, das ist immer noch der. Land of Lakes. Hübsch. Aber hier können auch Wölfe spawnen, oder? Hier ist nochmals ein Blumenbiom. Also, ich glaube, ich baue, äh, ähm, Grafschaft Launebach nach. Von Diablo 3. Können wir Pi-Nayata an den Baum hängen? Okay, das lag hier. Wieso ist ein falsches Biom am Spawn? Boah. Das sind keine Licks. Ich habe keine FPS-Einbrüche. Das ist einfach das Spiel. Oh, das ist das Rentier, das nicht gerade fliegt. Heftig. Was ist das? Das ist auch jetzt ein Ding. Mangrove, ja. Mangrove. Gut. Okay. Dann gehen wir mal so in den Biom. Ich brauche ja die Wölfe. Und zwar, ähm, Ich gehe mal hin. Ich hoffe, das ist einfach wegen dem Rentier. Weil die Drachen waren ja auch verpackt in meinem Vorstellungsvideo. Also in meinem, ja, Anschaulichkeitsvideo. Ist eben noch so ein bisschen komisch zum Fliegen stoppt. Ja, das ist, das Rentier ist gerade verpackt. Ah, das ist das Rentier. Das sind keine Licks. Aber keine Wölfe. Mann, du nervst. Gut, jetzt geht es auch wieder ein bisschen besser. Was genau das auslöst, Weiß ich nicht. Ich habe einfach nur die ganze Zeit W gedrückt. Jetzt ist es wieder zum Beispiel. Das ist auch wieder ein Elefant, der hat ein bisschen größer, ist nicht klein. Oh, eine dreifarbige Kurze. Mann, sind die süß. Beetschweine gibt es. Ja. So eine Dreck, also so viel Pech habe ich nicht. Kann ich nicht mehr haben. Ich kann nie mehr, mehr Pech haben. Was ist denn das für ein Problem? Woran liegt das? Keine Elefanten zum Zähmen. Keine Wölfe zum Zähmen. Kein Dschungel zum Katzenzähmen. Kein irgendwas, kein Dirk und was, kein Birgit oder was. Avocado haben wir noch nicht, gell? Abo Kürtis. Boah, sind die fett. Sechs. Da haben wir die, also sie bekommen wir sehr bekämpft. Ja, okay, ich habe sie schon mal gespielt und dann gesehen. Aber, ähm... Ja, Birnen. Haben wir ja auch noch nicht. Was ist das gewesen, da? Einfach ein Eisel... Eierpferd. Ja, das ist ein schön hakeliges Video dank diesem Scheiß-Flugpferd-Rentier. Da hat's. So, jetzt ist es mal ein bisschen weniger hakelig, dank dem Absitzen. Jetzt müsst ihr einfach mitkommen. Hallo? Nein, ich will dich züchten. Mann, wieso lassen die sich jetzt nicht züchten? Ah, ich bin blöd. Ich bin blöd. Gut. Ich habe so viele Avocates gezüchtet, dass ich das zu Knochenmehl gemacht habe. Ich wusste gar nicht, dass ich Knochenmehl für Filz und Zürzen hätte. Oh. Ich bin müde. Ja, die geht alle zwei. Beim ersten Mal, hä? Wo ist der andere hin? Hey, wir hatten noch einen. Frechheit. So, ne, Frechheit. Was ist da? Das ist ein Pilz. Sagte ich, eine Frucht. Hm. Da drüben ist er. So. Komm mit. Komm mit. Gut. Geht's eigentlich noch gut? Denk schon. Jetzt muss ich hoffen, dass die nicht immer irgendwo abstürzen. Wisst ihr was? Ich teleportiere mich wieder. Das ist jetzt mal ein guter Grund. Zum Zurück-Trailportieren. So. Ja, du rennt hier, musst ja nicht. Du so verpackt bist, musst du nicht kommen. Okay, es geht auch nicht. Was? Wieso kommen die nicht mit? Seit wann ist das so? Ach. Also, ich habe nie teleportiert. Ich habe nie teleportiert. Ich gehe jetzt da zurück. Ähm. Ja, toll. Wie soll ich jetzt da zurückgehen? Geht nicht. Achtzig. Ähm. Wo ist jetzt das? Zwei Zerze zwei. Da seid ihr. Aber ihr sterbt fast. Gut. Ähm. Das rennt hier. Ist weg. Wo war das denn? Das ist nicht hier gewesen. Muss das sein. Das ist nicht hier gewesen. Das ist auch bei einem grossen Berg gewesen. Dort drüben. Nein, auch nicht. Oh, was ist mit dem Spiel los? Heftdecay. Verwirrung. Wie bekomme ich jetzt diese? Zurück. Okay, dann renne ich her. Dann renne ich her zurück. Hm. Haben wir ähm Fleisch, nix. So. Also Portal. 1400 Meter. Ja, ja. Ähm. Okay, äh. Das ist ein bisschen langsam, hä. Wow. Schaut euch das mal. Danke für die Blumen, äh, Bäume. Setzlinge. Kastanien haben wir auch noch nicht. Dankeschön. Dann gehen wir weiter. Da ist auch irgendwas. Oh, das ist ein Bier. Genau, wir gehen aufs Schiff. Ah, ist auch nicht gut wegen den Hunden. Die wurden einfach schlecht designt. Hm. Was könnten wir noch so machen? Könnten wir irgendwas noch? Ah, die müssen muss ich nicht mehr nehmen. Ja, einfach ein bisschen entdecken, ja. Ja, genau, mal zu diesem Berg gehen dort. Was ist denn das? Lebt ihr noch? Sterbt ihr schon? Also wenn wir hier heimkommen und die Runde sind tot, dann geht etwas heftig schief. Das ist einfach ein Vulkan, oder? Von der Farbe her kann es sein. Das Cape Forest. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Meer. Beach. Ja, das ist ein Vulkaner. Ja, Vulkaner. Schön. Ah, da müssen wir hier. Oh, das ist genial. Da gibt es auch so ein Biom. Ein Tropikopium. Ein Tropikopium. Oder? Die Welt sind so schön, aber nicht gerade sehr wirtschaftlich. Sozusagen. Sozusagen. Von Blockart. Es gibt zu viele Blöcke, viele fehlen. Tierspawnen. Tierspawnen nicht so richtig. Aber es ist einfach genial und... Seid ihr jetzt tot? Also ich hatte drei. Wenn die jetzt tot sind, dann entschied ich sie mir. Es geht doch gar nicht, ey. Wir können doch nicht einfach ersaufen. Es geht noch frecher. Dieses Let's Play wird noch frecher gehen. Es wird mich noch umhauen. Da, 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 da. Das Spiel ist einfach nicht balancet mit Mutts. Aber das ist eine Herausforderung, die ich liebe. Ja, sie sind tot. Sie kommen nicht mehr. Gut, sie sind esshofen. Oder runtergefahren vom Berg. Weil sie falsch gespawnt sind. War toll. Na gut. Na Dankeschön. Na wunderbar. Wir können alleine nach Hause. Wir können sowas von alleine nach Hause. Okay, wenn man jetzt entscheiden kann, dann gehen wir auch so nach Hause. Jaja, wir haben das schon entdeckt. Gut. Ah, noch kurz die Hunde spawnen. So, einen, zwei, drei. Einen, zwei, drei. So. Null. Ich hoffe, das ist jetzt einfach mal korrekt gewesen, was ich so mache. Und ihr geht bitte da zu den Bäumen. Nein, ein bisschen weiter weg wegen den Kühen. Ihr geht hier hin. Jetzt sterbt die dann noch plötzlich an der Falle. Ich werde die Falle mal abbauen. so. So. Und tue sie dann hier hin. Hier. So. Aber passieren wird wahrscheinlich nie etwas. Was einfach irgendwie kaputt ist. Keine Ahnung. Ja, nur von vorne sind die Bänder zu sehen. Ich wollte am Fleisch, kann man die dann züchten. Haben wir noch irgendwo Fleisch hier hingetan? Ich denke, es ist alles vorne. Ich denke, es ist immer noch ein bisschen Lichtbock. Gut. Rohes Fleisch. Was ist es? Kuhfleisch oder Schweinefleisch? Wenn es Schweinefleisch ist, dann habe ich ein Problem. Ich weiss es gar nicht mehr. Ich werde gleich mal noch kurz züchten. So. Also machen wir, ähm, schlachten wir fünf Kühe. Stimmt das? Ich werde einfach mehr machen. Ich habe kein keine Übersicht mehr. Okay. Die werde ich sowieso wieder züchten. Ich werde mal drei nehmen. Oh, hat zehn Fleisch gegeben. Gut. Sehr gut. Geht doch noch ein guter Part. Fertig. Und jetzt? Gut. Schön. Prima. Toll. Kleines Hündchen. Du bist doch wüffi, wüffi, sagen kann. Hm. So ein Fleisch. Elf. Kastanien unter Vokalus. Ich hoffe, das geht mit dem normalen Holz... also beim Ding setzen. Das kann ich gar nicht nehmen. Ähm, ja. Ja, den kann ich gar nicht nehmen. Ja, die gehen. Und die da gehen. Schön. Sehr schön. Haben wir das auch gemacht. Und jetzt auch mal auf unsere Halbinsel. Die Bäume setzen. schön. Ja. Sehr schön. Toll, toll. Na gut. Dann war es das mit diesem Part. Ich hoffe, er ist genug lange. Ich habe wieder vergessen, wann ich aufgenommen habe. Aber ich denke schon, genug lang. Könnte auch länger sein. Was? Das sind Tropenbäume. Jetzt dachte ich schon, ich habe etwas. Gut. Das sind nur ganz normale Bäume. Ohne Früchte. So. Da ist auch noch ein. Machen wir hier noch ein. Gut. Schön. Prima. Also, dann werde ich mein Inventar sortieren. Und ein bisschen Kiste sortieren. Weiter sortieren. Und dann mal schauen. Unten bauen. Ja. Den Waypoint muss ich noch empfehlen. Der habe ich ja entschieden. So. Und. Ja. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basser. Tschüss. Puh. Aus daha. Aus. Auf Wiedersehen. ÜB Audiom. Aus.